Hallo Dominion-Freunde, ich möchte einfach mal heute spontan die Grotte und den Keller vergleichen. Und zwar, was sind die Vorteile vom einen gegenüber dem anderen und muss man vielleicht anders spielen, als man es gewohnt ist. Mir ist es gar nicht sofort aufgefallen, aber die Karten sind sich total ähnlich. Beide Karten kosten zwei und beide Karten legen Karten ab, um dafür Karten zu ziehen. Und der Keller, den kennt ihr wahrscheinlich alle, ist eine Zweierkarte und wir können beliebig viele Karten ablegen und dann sofort genauso viele Karten ziehen. Die Grotte ist ein bisschen anders, sie ist aus der neuesten Erweiterung Plünderer und sagt uns, wir dürfen bis zu vier Karten verdeckt zur Seite legen und zu Beginn des nächsten Zuges alle diese Karten ablegen, um genauso viele Karten zu ziehen. Also im Prinzip, beim Keller legen wir Karten ab, um sie sofort zu ziehen, bei der Grotte legen wir Karten ab, um sie im nächsten Zug zu ziehen. Das hat unterschiedliche Vor- und Nachteile, wir können außerdem noch festhalten, bei der Grotte ist das Ganze auf vier Karten limitiert. Man kann also nicht mehr als vier Karten ablegen, beim Keller ist das egal, aber wenn man voller Kartenhand von fünf Karten startet, sind das normalerweise höchstens vier. Der Keller hat natürlich den Vorteil, dass man das Ganze sofort ziehen kann und man legt die Karten auch sofort ab. Damit werden zum Beispiel die Tunnelkarten oder andere Reaktionskarten, die aufs Ablegen reagieren, sofort ausgelöst. Bei der Grotte werden die dann zwar auch abgelegt, aber nicht sofort. Der Tunnel lässt sich auch super benutzen, um Karten, die man nicht braucht, abzulegen, um dann mit einer Ziehe bis zu sieben Karten-Engine oder sowas in der Bibliothek sofort weiterzuspielen. Bei der Grotte kann man das zwar irgendwie benutzen, aber am Start des nächsten Zuges hat man dann die ganzen Karten, oder hat man dann andere Karten wieder auf der Hand und die Kartenhand ist wieder sehr, sehr groß, sodass diese Karten wie in der Bibliothek vielleicht nicht mehr ganz so effektiv sind. Trotzdem finde ich die Grotte in vielen Punkten deutlich stärker als den Keller. Und zwar, wenn wir Karten zur Seite legen und unser Deck gezogen oder fast gezogen haben und unsere schlechten Karten zur Seite legen, die wir nicht brauchten, um sie, um was zu kaufen. Dann haben wir diese Karten für den ganzen nächsten, oder naja, fürs Mischen des nächsten Zugstapels nicht im Deck und haben diese Karten nicht reingemischt. Das heißt, der Deckstapel hat eine bessere Qualität. Und wenn wir dann am Anfang des Zuges die Karten ablegen und so viele ziehen, haben wir eine deutlich größere Kartenhand am Anfang. Karten am Anfang zu ziehen ist besonders stark. Das kennen wir von Dauerkarten, die Karten ziehen wie der Werft, der Karawane. Am Anfang des Zuges was zu ziehen, um seine Kombinationen zusammenzuziehen, wie zum Beispiel Dorfschmiede oder einfach überhaupt sein Dorf zu ziehen. Das, was dann wahrscheinlicher zu machen, ist besonders stark. Von daher ist das sehr gut. Und die Kartendivizin sind garantiert nicht, oder fast garantiert nicht die schlechten Karten, die wir hier in der Grotte vorher hatten, sondern sind bessere Karten. Problem mit der Grotte ist natürlich dadurch, dass es eine Dauerkarte ist und wenn wir diesen Effekt öfter nutzen wollen, müssen wir mehrere Grotten kaufen. Wenn wir zum Beispiel jeden Zug eine Grotte spielen wollen und unser Deck ungefähr ziehen können, müssen wir auf jeden Fall zwei Grotten kaufen. Da sie zwei kostet, ist das nicht so das Problem, aber wenn es keinen Billing Plus Kauf gibt, ist das auch ein bisschen schwieriger. Genauso, wenn wir auf so ein Discard-Engine gehen wollen oder so eine Kombination, die aufs Ablegen reagieren, wie zum Beispiel mit einem Tunnel, aber auch mit dem Dorfanger oder dem Pfad. Dann kann man das auch nur jeden zweiten Zug mit einer Grotte machen oder man muss sich doppelt so viele Grotten kaufen. Und natürlich ein großer Nachteil ist, wenn das Spiel zu Ende ist, dann haben uns die Karten auf der Grotte nichts mehr gebracht. Aber ich denke, dass die Vorteile da von der Grotte überwiegen das Ganze. Und ja, manchmal ist es wichtiger, die Karten sofort zu ziehen, als erst am nächsten Zug zu ziehen. Aber wenn man einen Zug warten kann, dann ist dieser Effekt natürlich deutlich besser. Man kann mit dem Keller nie seine Kartenhand erhöhen. Mit der Grotte können wir praktisch zwar effektiv keine Karten ziehen, aber wir haben dann auch mal mehr als fünf Karten auf der Hand zu manchen Zeitpunkten. Es kann wichtig sein, wenn man zum Beispiel nicht so starke Kartenziehe hat, aber trotzdem die Möglichkeit haben will, auf zwei Provinzen in einem Zug zu kommen. Was mit fünf Karten nicht so einfach ist. Aber wenn man sich zum Beispiel vier Karten zur Seite gelegt hat und dann neun Karten auf der Hand hat am Start des nächsten Zuges, das ist schon deutlich leichter und damit kann man ein bisschen Kontrolle vielleicht über das Endspiel bekommen. Das kann auch nochmal ein Vorteil sein. Also ich finde, die Grotte sind durchaus nette Alternative zum Keller und spielt sich deutlich unterschiedlich, sodass es auch eine andere Karte gerechtfertigt ist und die Vorteile, die es hat, finde ich, machen es auch zu einer etwas stärkeren Karte insgesamt als den Keller. Wie seht ihr das? Findet ihr die Grotte cool? Findet ihr sie gut, schlecht oder mögt ihr lieber den Keller in eurem Deck? Schreibt gerne einen Kommentar dazu. Und hier findet ihr ein Video von einem Spiel, was ich gerade eben gespielt habe, wo die Grotte mit drin vorkam. Sie war nicht... Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.